Wie blockiert das? Fernglas ohne Linse. Toll! Was ist da blockiert? Ich muss über diesen Erdrutsch. Nee. Was ist denn das? Das Ross muss entfernt werden. Schon wieder so ein tolles Spiel. Bär. Guck mal ein Pferdchen. Wo ist der Bär? Hier such! Da ist ein Waschbär. Aber zählt nicht. Glaub ich zumindest, oder? Da ist noch ein Bär. Kehrer! Nein, Kiefer soll es heißen. Kiefer! Da! Kamel! Ja, wo ist es denn? Hier ist's. Nein, 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 nein. Da ist's. Es ist ein Drommel da, aber egal. Warum machen der ist immer falsch? War doch so, oder? Hm. Egal. Fledermaus. Fledermaus ist da. Schmetterling. Löwe. Ein Bison. Walros Nassur. Walros Nassur. Da. Oh. Ein Topf. Eimer? Das ist doch kein Eimer. Wirklich. Das ist ein Kochtopf. Das weiß sogar ich. Obwohl ich nichts von kochen verstehe. Geht nicht an. Kein Strom. Traurig. Hiermit fordere ich eine schnellere Durchführung unserer Bestellung. Die Starttermine der Ausgrabungen werden verschoben. Die erste Lieferung an Geräten sollte heute erfolgen. Kapitänin Hermengilde. Also, sag mal. Die Schmiede, Blase, Bälge funktionieren mit Strom. Das heißt, wir brauchen Strom. Matrix? Was ist das denn? Matrix oder Matrix? Matrix. Der Formmatrix. Matrix. Muss an Ort und Stelle sein. Ja, dann lass den da. Eisenstücke. Können wir die... Achso. Die müssen wir da ein bisschen schmelzen. Erstmal brauchen wir Strom. Generator. Ich brauche einen Anlasskurbel. Sonst noch Wünsche. Wo soll ich die jetzt herkriegen? Hä? Wo soll ich die jetzt herkriegen? Aha. Sehr schön. Was ist das hier eigentlich? Der Rohling kann in einen Schraubstock gespannt werden. Das hier oder was? Ne. Das hier. Achso, erstmal müssen wir... Das ist ein Stahlkelly. Kann Alteisen eingeschmult sein. Hier. Alteisen! Wir nehmen gebrauchtes Alteisen! So, da... Habt ihr auch mal so ne... so Autos da? Also ein paar mit Aufrufen. So mit allen Alten. Und rufen das dann ganz laut. Und die Hunde kläffen an. Das erinnert mich gerade irgendwie daran. Ich brauche Kohle! Oh, ich brauche auch Kohle. Ich muss mehr neue Spiele kaufen. Ne, neue Spiele bin ich eigentlich. Zidismus mehr noch brauchen. Kohle! Streitölze habe ich! Kelle habe ich. Das heißt, wo eine Kelle ist, da ist auch Kohle. Den Spruch habe ich mir gerade ausgedacht. Tja. Achso. Da war ich ja gerade. Das ist die Basis der Luftpiraten. Sie gilt als verlassen, aber jetzt hat sie offenbar neue Bewohner. Schön. Richtig schön. Yeah. Kann ich irgendwas anzünden und dann Kohle trinken? Das ist Kohle. Zum Abbau brauchst du eine Hacke. Ach das hier. Ich habe nur auf das hier... Eine Hacke brauch ich also. Zange haben wir. Hacke haben wir leider nicht. Warum haben wir keine Hacke? Wo ist denn eine Hacke? Hier anscheinend nicht. Ja, du kleine Hacke. Wo bist du denn? Was ist das? Ah, eine Hacke. Das ist doch schön. Ähm. Ach ja, Kohle. Das ist immer so umständlich alles. Ja. Hör auf, um zu heulen. So, hier. Hä? Bist du blöd? So ein Kelle. Ne. Hä? Mann, entscheide dich doch mal. So, jetzt aber. Kohle. Kohle, 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 Kohle. So viel habe ich gar nicht aufgesammelt. Kohle brennt erst mal etwas Entflammbares. Ich will so Petroli nehmen. Ach so, hier habe ich doch. Und jetzt. Habe ich doch. Kohle, Animation. Und jetzt. Ich brauche eine Schießpulverbombe. Schon wieder? Auf dem Kalb war ein Beufel mit Schießpulver. Du warst mit einem komischen Bomben. Vielleicht wieder zurück. Ich kann auch gar nicht mehr zurück. Ich kann auch gar nicht mehr zurück. Ein Stopper. Ach so, den muss ich mir wahrscheinlich gerade machen. Der wäre ja schlau. An Kai? Kai ist das nicht? Hallo Kai. Ist das nicht? Ich kann ja nicht mehr zurück, oder? Oder? Oder mal? Ähm. Ich kann ja nicht mehr zurück, oder? Was? Wie war denn das? Nein. Ich kann ja anscheinend nicht... Ich kann ja nicht mehr zurück. Ja, nein, eben nicht. Keine Ahnung. Aha. Betten mit Wasser. Uhu. Oh, okay. Äh, was brauchte ich noch mal? Schieß, Schießpulver, ne? Hä? Hä? Der hat doch grad gesagt, der braucht Schießpulver, wenn er mich... Dieses Spiel ist voller Kackfehler. Was ist denn das für ein Spiel? Ich reg mich jetzt nicht auf. Draht. Wunderschön. Das ist nur ne Vorlage? Was soll ich jetzt machen? Mehr? Achso. Oh, ich kippe mich an. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Okay. Jetzt aber. Meine Fresche, ey. Wunderschön. Da werde ich nicht hinkommen. Zu hoch. Äh, blinkt nicht. Dann geh da hin. Dann geh da hin. Oha. Griff. Magnet. Das funktioniert nicht. Pff. Joa, ich brauch ein Boot. Feldstecher war auf diesem Stativ. Was ist denn schon wieder ein Feldstecher? Woher soll ich das alles wissen? Au. Eine Linse. Schön. Ich mag Linse. Nein, eigentlich nicht so. Es geht. Ich habe schon lange nicht mehr gehabt. Kann ich hier noch irgendwas machen? Oh. Brett. Noch ein Brett. Ein Brett. Wenn ich die Stufas Feld schneide, kann ich nicht sagen. Das ist immer gut. Ähm. Oh, ich brauch noch ein Brett. Pit. Ein Brett-Pet? Ist keins mehr. So. Rad fehlt ein Flügel? Seit wann hat ein Rad Flügel? Denkt sich das mal zu? Ah, hier! Warum nicht? Hallo, jetzt mach! Hä? Da. Hier. Hä? Warum geht das nicht? Kacke? Ja, genau! Das mache ich mir auch immer. Hä? Ähm. Auge Eingriff. Jetzt nimm! Feldwebel. So, jetzt guck! Das ist wunderschön. 248. Das ist ein sehr versteckter Hinweis. Das ist schön! Da muss die Piraten ihren Eingangscode hier so riesig hinschreiben. Das ist echt super! Dankeschön! Voll nett! Oh! Oh! Ich bin voll schrocken, Helder! Helder! Die fehlt auf der Sicht. Was? Schon wieder! Hier! Hier! Toll! Hm! Wo krieg ich das jetzt her? Achso, hier fehlt auch noch was. Flügel! Ah! Wunderschön! Tschüss! Was ist ein Schroger! Das ist ein Schroger! was ist amitiert der Stelle, dass wir, dass es ein Schroger! Und dann sind wir unter der Zeit!